Xabi Alonso begeistert mit seinem traumhaften Fußball die Bundesliga und diese Taktik haben wir mit Bayer Leverkusen im FM24 nachgebaut und das Ergebnis ist begeisternd. Habt ihr den Football Manager 2024 bisher noch nicht gekauft, dann wird es jetzt höchste Zeit. Heute ist Release Day und deshalb nochmal natürlich der Hinweis, dass ihr das Ganze bei meinen Partnern ein bisschen günstiger bekommt. Zum Beispiel bei Eneba für 44,93 Euro, da kommen meistens etwa 3 Euro Gebühren noch hinzu, je nachdem womit ihr das Ganze bezahlt und bei Instant Gaming kriegt ihr das Ganze zwar für 40 Euro, da kommen auch noch 20% oder 19% Mehrwertsteuer hinzu, da seid ihr etwa bei 48 Euro, also momentan sind die Seiten recht ähnlich vom Preis, Eneba noch ein Stückchen günstiger, deshalb könnt ihr auf jeden Fall auch dort dann vielleicht bevorzugt einkaufen. Die Links zu den beiden Seiten sind in der Videobeschreibung, ihr findet dort natürlich auch viele andere Spiele, wie auch zum Beispiel City Skylines 2, was neu rausgekommen ist, was finde ich auch ein sehr cooles Spiel ist. Für mich natürlich momentan nicht interessant, weil für mich jetzt aktuell nur der FM24 zählt. Das ist die Grundformation, mit der Xabi Alonso dieses Jahr spielen lässt, eine 3-4-2-1-System sozusagen, also eine 3er- bzw. 5er-Kette mit zwei Sechsern, zwei Zehnern und einem Stürmer da vorne. Und die Aufstellung sieht im Spiel dann häufiger sehr anders aus und wir gucken jetzt mal kurz zusammen, wie das Ganze dann in manchen Situationen aussieht. Vor allem Frimpong ist kein klassischer Außenverteidiger, das ist fast schon ein zweiter Stürmer, der im Ballbesitz ziemlich weit nach vorne geht. Der Innenverteidiger bzw. rechte Außenverteidiger der 3er-Kette geht ein bisschen weiter hier nach vorne, bietet sich quasi auch wie ein Außenverteidiger an. Die beiden Innenverteidiger gehen hier so ein bisschen in die Mitte, da es quasi eine 2er-Kette ist. Krimaldo geht auch nochmal ein gutes Stück nach vorne, allerdings bei weitem nicht so weit nach vorne wie Frimpong auf der anderen Seite. Und dann haben wir hier die beiden zentralen Mittelfeldspieler, wobei Kranichaka auch der Spieler ist, der gerne die Bälle bekommt und dann vertikal nach vorne spielt zu den beiden Zehnern, die dann quasi hier Offensivaktionen einleiten. Generell sind die Spiele hier unfassbar flexibel, spielen hier oder laufen in die verschiedensten Räume rein, haben da ganz ganz viele Freiheiten und so schaffen sie es auch immer wieder den Gegner vor Aufgaben zu bringen, weil sie einfach permanent die Positionen verlassen. Generell probiert Bayer Leverkusen viel mit kurzen und vertikalen Pässen nach vorne zu spielen, deshalb auch viel Personal hier im Zentrum. Es geht nicht immer unbedingt hier ganz zentral übers Zentrum, oft probieren sie auch die linke Seite zu überladen, indem dann hier einer der 6er und 10er, vielleicht auch teilweise der Stürmer auf die Seite geht, sodass sie hier recht viel Personal haben und dann vor allem Frimpong auf der anderen Seite komplett frei ist und dann kommt oft dann irgendwann dieser Verlagerungsball auf Frimpong, der ganz ganz viel Platz hat und dann Richtung Tor dribbeln kann und dann der Außenverteiger ist, der auch häufig zu Torsituationen kommt und Tore schießt. Ansonsten, wenn der Ball mal nicht zu Frimpong kommt, dann haben sie die Möglichkeit hier mit dem vielen Personal auf der linken Seite mit eventuell auch einem Überzahlspiel sich durchzukombinieren und können dort auf der linken Seite dann gefährliche Aktionen kreieren, was sie da auch wirklich unfassbar gefährlich macht. Im Ballbesitz kann es dann je nachdem über welche Seite wir spielen auch mal so aussehen, dass wenn zum Beispiel der rechte Halbraumverteiger den Ball nach vorne führt, was er ziemlich häufig macht, wir hier vorne vier Spieler auf einer Höhe haben, vier Spieler in der Spitze, wo sich dann einmal ein Zehner, also Hofmann kurz anbieten kann, Frimpong hier ganz außen lauert oder auch Bunnyface dann in die Spitze hier rein starten kann und so hat er hier die Möglichkeit einmal, dass Hofmann einen Verteidiger rauszieht und so entweder als direkte Anspielstation da ist oder dass hier ein tiefer Pass zu Bunnyface möglich wäre, der dort rein startet. Er kann alternativ aber auch zu Frimpong nach außen spielen, der dann hier eine Flanke reinbringt, Krimailo könnte dann auch mit reinziehen, um da den Ball zu halten oder man probiert sich hier über den Achter bzw. Sechser durchzukombinieren, also ganz, ganz viele Passoptionen, was wirklich hier auch das Ganze so gefährlich macht. Spielen wir über die linke Seite, dann wird der Verteidiger hier wieder zurück in die Dreierkette gehen und dann hat zum Beispiel jetzt hier unser Achter, also Granit Xhaka, den Ball, dann ist es häufig auch mal so, dass wir hier sogar fünf Spieler ganz vorne drin haben, weil sich jetzt eben Krimailo auch nach vorne einschaltet und wenn wir den Pass außen auf Krimailo spielen, dann ist er häufig der, der direkt zur Flanke greift und dann vor allem auch mal diesen Pass an den langen Pfosten Richtung Frimpong spielt, der dort rein startet, um abzuschließen. Ansonsten haben wir hier drei Spieler im Zentrum, die auch die Bälle vorher schon erhalten können. Denn generell ist es so, Krimailo ist eher der, der über außen dann probiert, die Flanken zu spielen. Frimpong ist auch der, der richtig hier in die Spitze reinzieht mit dem Ball Richtung Tor läuft und selber abschließt. Gegen den Ball soll Bayer Leverkusen auch häufig im 4-4-2-System verteidigen, was im FM ja immer schwierig ist, dort das System defensiv komplett abzuändern. Deshalb werden wir eher wie die Standardformation auch verteidigen, was trotzdem sehr, sehr gut funktioniert. Das ist ja dann hier mit den beiden Zehnern, dem Stürmer und dann der Dreierkette. Also heißt hier sieht es dann eher so aus, wie wir verteidigen. Funktioniert aber wie gesagt auch sehr gut, da wir hier vor allem im Zentrum unfassbar viel Personal haben, haben wir das Zentrum wirklich dichter. Was wichtig ist und was wir auch nachbauen können, ist die Pressinghöhe. Und zwar gibt es da ein mittleres Pressing, was bedeutet, dass wir dem Gegner erstmal die ersten Pässe spielen lassen, bevor wir dann attackieren und so nach der Balleroberung dann auch noch Luft nach vorne, Platz nach vorne haben. Wenn wir pressen, dann pressen wir richtig mit voller Wucht, um die Bälle dann hier im Mittelfeld auch zu erobern und die Angriffe einzuleiten. Verlieren wir den Ball, dann möchten wir aber den Ball auch wieder ganz schnell zurückgewinnen, um dann vor allem in unsortierten Situationen mit unserer Passqualität uns nach vorne zu kombinieren und Angriffe zu starten. Schauen wir uns jetzt mal die Taktik im FM an und da seht ihr schon zwei Spieler, die in der klassischen Formation von Bayer Leverkusen eigentlich nicht spielen. Und zwar spielt Lazari für Frimpongen, den mussten wir leider im Winter abgeben. Der hat eine Ausstiegsklausel von 50 Millionen Euro, wir konnten den Vertrag von ihm nicht verlängern und so mussten wir ihn ziehen lassen, was sehr bitter war, was wir in der Rückrunde auch sehr zu spüren bekommen haben. Und vorne Patrick Schick, wir hatten zu Beginn der Saison das Riesenproblem, dass tatsächlich vier Stürmer verletzt waren und wir mit Teller vorne spielen mussten. Und trotzdem haben wir unfassbar stark performt, das muss man auf jeden Fall später noch im Hinterkopf bewahren. Schick ist einfach deutlich besser im FM oder performt hier in dem Safe viel, viel besser. Unser Buniface kommt nicht so wirklich in den Tritt und deshalb Patrick Schick auch unser Stürmer. Gehen wir jetzt mal die einzelnen Positionen durch und ich werde euch da nochmal genau dann erklären, warum er diese Spielerrolle hat. Wir haben ganz zentral einmal Jonathan Tarn, natürlich vor dem Torhüter, ganz normaler Torhüter auf Verteidigung, da gibt es nichts Besonderes zu zu sagen. Jonathan Tarn, normaler Innenverteidiger, der auch die Höhe der Spieler halten soll. Also da war ich schon am Überlegen, ob er vielleicht eher ein Spieler ist mit Rückendeckung, da war ich mir nicht sicher, aber ihr habt mir vor allem im Stream dann auch gesagt, nein, der hält schon die Höhe. Die Taktik haben wir ja im Stream erstellt und haben uns da ganz viele Taktik-Videos, unter anderem auch von Calcio Berlin, das angeschaut, um die Taktik auch wirklich so detailgetreu wie möglich nachzubauen. Auf der rechten Endverteidigerposition ist dann der Halbraumverteidiger auf Unterstützung mit Koso Nuer, der hier der offensivste Spieler der Verteidiger ist, der vor allem nämlich dann Platz bekommt, wenn unser kompletter Flügelverteidiger auf Angreifen nach vorne zieht, der wirklich weit vorne sich befinden soll und so entsteht hier viel Raum, wo der Innenverteidiger antribbeln kann. Das macht aber nicht nur er, denn wenn wir auch links den Ball haben, haben wir zwar einen beispielenden Verteidiger auf Verteidiger, aber Tabsobar ist ein Spieler, dem wir erstmal die Anweisung gegeben haben, auch zusätzlich das Spiel breit zu machen. Und ein Spieler, und darauf müsst ihr achten, der als Spielereigenschaft hat, trägt den Ball aus der Defensive, denn wenn er den Ball hat, soll er auch ins Trippling reingehen und mit dem Ball nach vorne laufen, um so Spieler auf sich zu ziehen, die dann Passwege frei machen, wo er dann die Pässe zu anderen Spielern spielen kann. Den rechten Flügelverteidiger habe ich ja eben schon erklärt, ein kompletter Flügelverteidiger auf Angreifen. Links haben wir dafür einen normalen Flügelverteidiger auf Angreifen, also auch ein Spieler, der sich sehr häufig offensiv entscheidet. Rechts der macht es allerdings noch häufiger und soll sich noch ein bisschen offensiver positionieren. Grimaldo und auch Lazari haben beide auch extra Anweisungen bekommen. Bei Grimaldo ist es so, dass er mehr pressen soll und weite Flanken, also auf den rechten Flügelverteidiger gegebenenfalls spielen. Je nachdem, von wo die Flanke kommt, kann dann der rechte Flügelverteidiger ins Trippling reingehen und abschließen oder bekommt den Ball direkt vorm Torwart serviert und kann dort direkt aufs Tor schießen. Und wir sehen dann im rechten Flügelverteidiger, wenn er den Ball hat, soll er auch gerne ins Trippling reingehen, Richtung Zentrum und dort den Abschluss suchen, und was wir bei Flanke sehr häufig in der Bundesliga sehen. Und auch er soll natürlich mehr pressen. Im Zentrum haben wir zwei zentrale Mittelfeldspieler mit Spielmacherqualitäten. Palastos ist eher der Defensivere, der Granitxaka absichern soll. Deshalb ist es ein zurückgeschobener Spielmacher auf Verteidiger. Granitxaka ein vertikaler Spielmacher auf Unterstützen. Die perfekte Spielerrolle für die Taktik. Wir haben noch zusätzlich ihm gesagt, dass er auch wirklich vertikalere Pässe spielen soll, um da wirklich den Fokus drauf zu setzen. Das ist genau das, was die Taktik ausmacht. Und wir kennen die Pässe von Xhaka, die er schon häufig gespielt hat in diesem Jahr. Diese gelupften Bälle über die Abwehrkette in die Spitze rein, auch die soll er so dann auch vermehrt spielen. Auf den 10er Positionen haben wir einmal einen vorgeschobenen Spielmacher auf Unterstützen mit Florian Wirtz, der eher der kreativere Spieler ist, der mit mehr Risiko die Pässe nach vorne spielen soll. Deshalb auch die Spielerrolle, wo mehr Risiko mit drin ist. Dazu gibt es aber auch zwei Anweisungen, die beide Spiele haben, und zwar Positionen verlassen und Zwischenräume besetzen, was dafür sorgen soll, dass sie hier ganz kreativ die Räume besetzen sollen, so wie eben das Ganze gerade in der Taktik gebraucht werden. Das sind beides sehr kluge Spieler und die setzen das dementsprechend auch richtig gut um. Hofmann ist eher der Spieler, der, wenn er den Ball bekommt, den Ball sichern soll und sichere Pässe spielen soll, kluge Pässe spielen soll. Und so ist die rechte Seite mehr die Sicherheitsvariante, links dann mehr Risikopässe, mehr Kreativität und auch er hat dann, wie gesagt, die beiden Anweisungen. Auf der Stürmerposition haben wir einen Stoßstürmer ohne Anweisungen, also da ganz klar eigentlich definiert, was der Spieler machen soll. Soll die Zwischenräume auch wieder ein bisschen besetzen, sich anbieten, entweder über die linke oder die rechte Seite, wo der Ball auch dann gerade ist und vor allem auch in die Tiefe starten, um Pässe in die Spitze zu erhalten. Und die taktischen Anweisungen im Ballbesitz sehen wie folgt aus, wir haben eine ziemlich breite Angriffsbreite, um den zentralen Mittelfeldspielern da ein bisschen Luft zu geben, damit die nicht zu dicht beieinander sind. Dann sollen die Außenverteiger hinterlaufen, das machen sie aufgrund ihrer Spielerrolle sowieso. Ich habe es trotzdem immer zusätzlich hier noch mit drin und der Spielaufbau geht übers Zentrum, über die Innenverteiger und die Achter. Außerdem haben wir Pässe in die Tiefe mit drin, ein kurzes Passspieler, da könnte man sogar überlegen, das Ganze noch kürzer zu machen. Das Tempo ist auf Standard und außerdem haben wir hier kreativer Spielen mit drin. Im Umstandspiel haben wir gegen Pressing und Konter drin, außerdem soll der Torhüter die Bälle kurz auf die Innenverteidiger abspielen. Gegen den Ball habe ich euch da schon verraten, dass wir ein Mitpressing betreiben, also ein mittlerer Block, was die Pressing- und Defensivlinie angeht, aber wenn der Ball dann in diesem Bereich ist, dann möchten wir den Ball auch erobern, deswegen häufigere Pressingauslösungen. Wenn ihr vielleicht mal Spiele habt, wo ihr der klare Favorit seid oder es dann auch mal nicht ganz so läuft oder er vielleicht hinten steht, dann habe ich es auch häufig gemacht, dass wir mal ein bisschen weiter vorne gepresst haben, das Ganze dann einfach hier ein Stückchen nach vorne gesetzt haben und vor allem dann häufiger gepresst haben, den Torwart am kurzen Abspiel gehindert haben und auch mehr in die Zweikämpfe gegangen sind. Das war immer so die taktische Änderung, wenn ich gemerkt habe, momentan funktioniert es nicht so richtig, denn auch das macht Xabi Alonso in manchen Spielen, dass er dann mal ein bisschen höher presst und den Gegner richtig unter Druck setzt. Generell gibt es noch die ein oder andere Stellschraube, wo ihr natürlich, wenn ihr eine andere Mannschaft habt, das Ganze vielleicht auf eure Mannschaft noch mal ein bisschen anpassen solltet. Vor allem bei den Spieleranweisungen habt ihr jetzt hier vielleicht nicht den dribbelstärksten Spieler auf der rechten Seite, dann macht es auch mal Sinn, die Spieleranweisung hier mit dem Ball nach innen zu ziehen, rauszuholen oder vielleicht auch direkt zu sagen, der soll über die Breite kommen. Also das wäre zum Beispiel was, was man schnell mal mit rausholen könnte oder auch bei Grimaldo, dass der den Ball auf den langen Pfosten spielt. Da kann man auch sagen, dass man das wegholen, der das Ganze variabler machen soll. Also die Anweisungen sind sehr gut, wenn du genau dieses Spielerprofil hast, genau die Spieler dazu hast und eine Taktik da genau detailliert so ablaufen lassen willst. Aber wenn da andere Spielertypen mit drin sind, dann ist es manchmal einfacher, vielleicht die ein oder andere Anweisung rauszuholen, um dort erstmal zu schauen, wie macht der Spieler es denn am besten und vielleicht kann man dann hinterher noch mal gezielt, das, was er wirklich gut macht, dann auch für ihn, für die Zukunft noch mal spezieller als Anweisung ihm mitgeben, damit er das noch häufiger macht. Aber insgesamt sind meistens wenige Anweisungen ein bisschen besser. Hier haben wir eine perfekte Taktik für Bayer Leverkusen, die mit Sicherheit auch mit anderen Mannschaften unfassbar gut funktionieren wird. Ihr werdet auch gleich jetzt alles sehen, was die Statistiken angeht und wie die Mannschaft dann auch performt hat. Insgesamt muss ich sagen, die Taktik hat mich absolut begeistert. Wir hatten leider in der Rückrunde das Pech, wie gesagt, dass Frimpong nicht mehr da war. Da ging die Taktik auch nicht mehr ganz so gut, aber nichtdestotrotz eine unfassbar geniale Taktik, die auf Anhieb auch, wenn er in den Zwings dabei war, hat es gesehen, auf Anhieb unfassbar gut performt hat. Schauen wir uns noch mal drei Schlüsselpositionen an und da haben wir einmal den Halbraumverteidiger mit Kuzunur auf der rechten Seite. Ganz wichtig bei dem Spieler, dass er neben den Defensivwerten auf jeden Fall technisch gut ist, ein gutes Passspiel, eine gute Übersicht hat und vor allem auch dribbelstark, denn dieser Spieler trägt den Ball dann auch häufig aus der Defensive und geht ins Dribbling rein. Deshalb natürlich auch die Spielereigenschaft trägt den Ball aus der Defensive ganz wichtig. Dann natürlich Grandi Chaka, der vertikale Spielmacher und ein vertikaler Spielmacher muss ein Komplettpaket im Mittelfeld sein. Der muss physisch gut sein, mental stark, da sind ja ganz viele wichtige Attribute eingeblendet und natürlich unfassbar technisch stark. Deshalb braucht er dann einen sehr kompletten Spieler, einen richtigen Starspieler und den braucht er auf jeden Fall, um die Position gut zu besetzen. Und zum Schluss natürlich noch der komplette Flügelverteiger auf der rechten Seite, einer der absoluten Schlüsselspieler und da hat uns ja wie gesagt Frimpong im Winter verlassen. Ich habe ihn hier extra nochmal rausgesucht, damit ihr genau seht, was die Qualitäten von Frimpong ist, denn genau so einen Spielertypen brauchen wir. Einer, der feilschnell ist, der sehr dribbelstark ist und aber auch die Spielereigenschaften vor allem hat und die hat er hier mit dribbelt über rechts, geht bei jeder Gelegenheit mit nach vorne, ganz, ganz wichtig und legt sich den Ball am Gegner vorbei, dribbelt häufig, also generell ist es wichtig, dass er ein Spieler ist, der das 1 gegen 1 sucht und durch seine Attribute auch das 1 gegen 1 gut gewinnen kann, ungefährliche Situationen zu schaffen. Außerdem soll der Abschluss vernünftig sein, denn es ist ja ein Spieler, der auch ins Zentrum reingeht und selber sehr häufig den Abschluss sucht, also schaut da auf Abschluss und vor allem die Nervenstärke, die sind nämlich ganz wichtig, damit der Spieler auch Tore schießt. Ich habe euch natürlich auch heute ein paar Szenen rausgepackt, die ganz klar zeigen, dass die Taktik genau so, wie wir uns das vorgestellt haben, auch in der Realität aussieht. Ihr seht hier, wie Frimpong fast auf der Höhe des Stürmers ist, wir haben dafür Krimaldo auf der Höhe der Mittelfeldspieler, es ist jetzt Amiri, der jetzt als Zingsverteiger gespielt hat, weil Krimaldo leider auch sehr häufig verletzt war, dann seht ihr hier die beiden Innenverteiger als Absicherung und jetzt ist es Danisic auf der Cousinou-Position als Halbraumverteiger, der ein bisschen davor steht und so ist er tatsächlich auch von der taktischen Aufstellung schon mal detailliert, so wie wir uns das vorgestellt haben und wir gucken jetzt mal rein in die Szene, was hier so schönes passiert. Erstmal kommt ein langer Ball, Jonathan Tarr, der zentrale Innenverteidiger, verteidigt das schon mal unfassbar gut, Palastus bekommt jetzt den Ball und wir starten einen Angriff. Ihr seht jetzt generell, also jetzt kommen sie langsam nochmal, dass wir hier unser komplettes Spiel nach links verlagert haben und Frimpong hier rechts ganz viel Platz hat, also das, was ich euch eben auch schon gesagt habe und dieser Frimpong wird gleich in Szene gesetzt. Wir gucken jetzt mal weiter, was passiert. Tabsobar, der der Ballspiel in der Innenverteidiger ist, aber trotzdem, weil er den Ball aus der Defensive trägt, die die Spieleigenschaft hat, hier ziemlich weit nach vorne geht. Also ihr seht jetzt, wie er hier quasi auch dasselbe macht, wie Cousinou eigentlich auf der rechten Seite machen soll. Er geht mit dem Ball nach vorne. So, Tabsobar findet jetzt Sensi, da eine Palastus und jetzt müsste, glaube ich, dieser Pass auf Frimpong gehen. Ihr seht, das Spiel ist nach links verlagert. Hier ist ein super Pass, eine super Passoption da. Frimpong hätte sehr, sehr viel Platz und der Ball kommt erst über Hofmann, sogar noch besser, weil so der Gegner noch mehr nach links gezogen wurde und jetzt ein noch besserer Passweg frei ist und jetzt passiert es. Frimpong kriegt den Ball, zieht Richtung Zentrum, schließt ab und erzielt das Tor. Frimpong hat in dem Spiel auch noch ein zweites Mal zugeschlagen, also da wird nochmal klar verdeutlicht, dass das kein klassischer Außenverteidiger ist, vor allem auch jetzt von der Positionierung her, denn er ist hier nicht der Außenverteidiger, das ist Sensi, der eigentliche zentrale Mittelfeldspieler. Frimpong ist hier im Sechzehner, im Zentrum und kriegt den Ball jetzt gleich von Sensi, geht dann auch wieder am Gegner vorbei ins Tripling, geht Richtung Zentrum und schießt wieder aufs Tor und erzielt den Doppelpack. Sensi hatte ja eben in der Aktion ganz außen, auf der Außenbahn den Ball bekommen und hat dort quasi an der Außenlinie geklebt. Das macht jetzt, wird es auch auf der linken Seite, dass er ziemlich weit außen steht. Das sind die beiden Zehner in dem Spiel gewesen, die ja durch ihre Anweisung, dass sie die Position verlassen können und die Zwischenräume besetzen sollen, sind sie hier überall unterwegs und dann kann so eine Situation dann auch entstehen, womit der Gegner auch gar nicht so wirklich rechnet werden. Wenn der Spieler seine Position verlässt, dann ist es für ihn immer schwierig, den Weg entweder mitzugehen und dann im Zentrum eine Lücke zu reißen oder den Spieler zu übergeben und das wisst ihr ja, haben wir schon häufig drüber geredet. Funktioniert nicht immer so perfekt und so kriegen die Spieler häufig Platz und Räume, die sie dann nutzen können. Würz ist jetzt der Spieler, der hier den Ball ins Zentrum spielen möchte und da sehen wir auch wieder Frimpong im Zentrum und nicht ganz außen, also wieder Richtung Tor, wo er dann zum Abschluss kommen könnte. In der Situation hat es erst nicht geklappt, denn das war die Szene kurz bevor er dann das Tor geschossen hat, was wir eben gesehen haben und so ist er immer im gefährlichen Bereich. Auch in dieser Szene ist Frimpong wieder an einem Tor beteiligt. Es geht mal wieder bei den Halbraumverteidiger Kosenu, der ja gerade vom Zentrum den Ball bekommt und dann gleich auf Frimpong spielen wird, der ja ganz auf der Außenbahn klebt, um sich so hier ein bisschen Platz und Zeit zu erschaffen und gleich geht er dann trotzdem Richtung Zentrum ins Dripning rein. Wir sehen hier, auch wenn wir mal die Position uns anschauen, wie das Ganze aussieht, diesmal ist Grimaldo sogar auf der Höhe der vordersten Spieler. Nur Wirtz als Zehner ist ein bisschen tiefer. Armin Adli, der auf der anderen Seite hier als Zehner im Momentan spielt, ist aber schon auf der Höhe der Stürmer sozusagen und wir gucken jetzt mal, Kosenu spielt den Ball auf Frimpong. Der hat jetzt hier Platz, kann ins 1 gegen 1 gehen und mit seinem Tempo kommt er locker an Paccarada vorbei, zieht aber jetzt Richtung Zentrum, also bleibt nicht auf der Außenbahn, um den Pass zu spielen, sondern geht ins Zentrum rein, kann er möglicherweise auch selber abschließen. Diesmal passt er zu Patrick Schick und der hat dort leichtes Spiel. Diesmal hat hier Amiri, unser Linksverteiger dem Spiel, den Ball und dribbelt an und wir spielen quasi wieder über links und überladen somit die Seite hier und wir sehen jetzt schon Frimpong, der ist zwar diesmal ein bisschen tiefer, aber hat hier wieder ganz, ganz viel Platz und der ist auch der, der jetzt den Ball von Amiri bekommt und dann natürlich wieder ins 1 gegen 1 kommt, so ohne Probleme am Gegner vorbei und kann jetzt einen perfekten Pass ins Zentrum spielen, der kommt zunächst zwar nicht an, aber Amiri auf der linken Seite ist da, kann den Ball dann wieder ins Zentrum spielen und wird verwandelt. Damit ihr seht, dass Frimpong nicht nur die einzige Möglichkeit ist, wie wir Tore erzielen, da seht ihr jetzt noch eine Szene, wo wir dieses vertikale Passspiel nochmal ganz genau uns anschauen können und zwar Grandi Chaka habe ich euch ja gesagt, ist da der vertikale Spielmacher, der für dieses vertikale Passspiel dann auch zuständig sein soll, der kriegt jetzt von einem Innenverteidiger Zakatou, den wir im Winter verpflichtet haben, den Ball vertikal gespielt, Chaka direkt in der Drehung und spielt ihn ebenfalls vertikal auf Patrick Schick und der macht ihn rein. Auch hier wird nochmal sehr vertikal gespielt, ich zeige euch aber schon mal den Abstoß von Kobel, wo ihr dann einfach seht, wie wir den Ball auch schon gut gewinnen und zwar ist es dann hier natürlich Kuzunur, der als Halbraumverteidiger sowieso ein bisschen höher steht und dann direkt in den Zweikampf reingeht, gewinnt den Ball und ab jetzt geht es nur vertikal Hofmann, vertikal zurück, Palacios dann ins Zentrum rein und Granit Xhaka in die Spitze, Boniface und Tor. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht mit zu vielen Szenen gelangweilt, es gibt wirklich noch unzählige Beispiele, ich habe mir noch einige Tore angeschaut und es ist immer dasselbe Muster, also es gefällt mir einfach unfassbar gut, auch die Angriffe übers Zentrum mit den vertikalen Pässen sind einfach unfassbar schön sich anzuschauen. Jetzt schauen wir mal auf die Statistiken und ihr seht jetzt hier die Hinrundentabelle, da waren wir noch Herbstmeister mit 40 Punkten, was wirklich überragend ist, allerdings mussten wir dann Frimpong verkaufen und haben in der Rückrunde nur noch 30 Punkte bekommen, also da auf jeden Fall klar zu sehen, wie wichtig Frimpong dann am Ende war, trotzdem haben wir den Vizetitel verteidigt, Vizekusener mit 70 Punkten, gleichzeitig aber vor allem auch in einem anderen Wettbewerb sehr erfolgreich gewesen. In der Euroleague ging es nämlich bis ins Halbfinale, da war leider gegen Benfica Lissabon klar Schluss gewesen, denn wir haben das Hinspiel 5 zu 1 verloren, das war gar nicht so schön, wir hatten am Ende aber sowieso eine extreme Krise, da konnten wir machen, was wir wollen, da hat leider gar nichts mehr funktioniert, im Pokal war es leider enttäuschend, in der zweiten Runde gegen den BVB sind wir ausgeschieden. Wie wichtig Frimpong für uns war, sieht man jetzt hier nochmal in den Spielerstatistiken, denn er war im Notenschnitt der beste Spieler der Liga mit einer 7,54 Bewertung. Auch bei den entscheidenden Pässen pro 90 Minuten ist er ganz klar auf Platz 1 mit 2,46 entscheidenden Pässen pro 90 Minuten, was ein unfassbarer Wert ist, auch beim Expected Assist ist er der beste Spieler mit einer 0,4 Bewertung, auch da nochmal ein gutes Stück vor Thomas Müller. Schauen wir uns zum Abschluss noch die Spielerstatistiken unserer Mannschaft an, Patrick Schick mit 18 Treffern, der beste Torschütze dahinter kommt, Charles-Florian Wirtz, 10 Tore und 4 Vorlagen, Armin Adli tatsächlich ein super Backup gewesen, weil er mit seinem Tempo immer, wenn wir ihn gebraucht haben, nochmal für Furore sorgen konnte, so 8 Tore und 3 Vorlagen erzielt. Dann eine kleine Überraschung, Tabso Bar mit 8 Toren, das liegt daran, dass er einmal die Elfmeter schießt und vor allem die Eckballtaktik hier auch bei Leverkusen unfassbar gut funktioniert hat, deshalb ruft man auch bei 17 Torvorlagen, also da ganz, ganz viele Eckballtore, die er auch vorbereitet hat. Wir gehen jetzt generell mal auf die Vorlagengeber, da ist dann Grimaldo auf der linken Seite mit 9 Vorlagen natürlich einer der besten Vorlagengeber. Frimpong hat in der Hinrunde alleine 7 Vorlagen in der Bundesliga erzielt und dann haben wir hier noch die Außenverteiger rechts mit Cuadrado, 3 Vorlagen und Lazari, auch er hat 3 Vorlagen, also 6 Vorlagen von den Rechtsverteigern, die die Position so ein bisschen rotiert haben. Am Ende wurden wir mit der Taktik von Xabi Alonso zum Trainer des Jahres gewählt und somit natürlich eine unfassbar erfolgreiche Saison. Wenn ihr diese Taktik schnell nachbauen möchtet, könnt ihr sie entweder so wie im Video beschrieben wurde, einfach 1 zu 1 nachbilden oder ihr könnt das Ganze über den Discord herunterladen, dafür müsst ihr allerdings die YouTube-Mitgliedschaft aktivieren, denn dann bekommt ihr den Zugriff zu meinen Download-Personen, zu meinen Taktiken und anderen Downloads, die ich euch eben über den Discord anbiete. Ihr könnt auch alternativ kostenfrei mir ein Amazon Prime-Abo auf Twitch geben, auch dann bekommt ihr Zugriff zu diesen Downloads und könnt das Ganze schnell und einfach herunterladen.